Ich habe hier einen totalen Blickfang, ein Drachen, ein Modelldrachen, den ich gar nicht mehr aus den Augen lassen kann. Sascha Rentel, was habt ihr damit vor? Ja, wir haben ja schon vor gut acht Jahren mit RC-Gleitschirmen angefangen. Ich habe mich jetzt selbstständig gemacht mit meinem Partner Jörgen Schweigler von der Firma RC2Fly und die Drachen haben bislang in dem Modellbausektor noch gefehlt. Da gab es bislang noch nichts, was irgendwie richtig geflogen ist und das haben wir uns zur Passion gemacht, jetzt auch die Modelldrachen zu etablieren und da haben wir jetzt hier mit dem Wilco unser erstes Fun-Modell rausgebracht. Das ist also auch später ein sehr günstiges Einsteigermodell, das annähernd unkaputtbar ist, weil es aus EPP hergestellt ist. Aber wir haben auch gewichtsverlagernd gesteuerte Modelle im Programm, richtig mit Stoff bespannt, wie halt auch die echten sind. Und das soll jetzt in drei Wochen auf der Nürnberger Spielwarenmesse vorgestellt werden, aber ich komme ja aus dem manntragenden Bereich und jetzt möchten wir hier halt auch die manntragende Szene mit Modellen bereichern. Wenn wir mal wieder beim Parabaiting sind und mit unseren echten nicht raus können, ist das die günstige Alternative, um Spaß zu haben.